Hallo liebe Shotcut-Freunde und willkommen zu meinen Tutorials für dieses freie und kostenlose Videoschnittprogramm. In dieser Folge behandle ich die Vorbereitung für Shotcut, also wo man es runterladen kann und für welches System. Dann auch noch einen kleinen Hinweis zur Monitor-Kalibrierung, das ist sehr wichtig. Dann geht es um die Shotcut-Grundlagen, da zeige ich die Oberfläche und die Funktionen von Shotcut. Bei der Analyse des Rohmaterials geht es darum, welche Eigenschaften das vorher aufgenommene Videomaterial eigentlich hat. Danach machen wir ein paar kleine Schritte. Schnitte-Schritte. Und nun geht's los. Viel Spaß beim Lernen. Die kostenlose und frei erhältliche Software Shotcut ist hier unter diesem Link herunterzuladen. Dann klickt ihr auf Download. Dann könnt ihr für euer System oder Computer halt eben die ganze Software herunterladen. So gibt es für Windows und für andere Versionen oder ältere Versionen auch noch Downloads. Für Linux, macOS oder alle Systeme kann man hier die Versionen herunterladen. Wenn ihr Shotcut installiert und das erste Mal geöffnet habt, dann zeigt sich diese Standard-Oberfläche. Die besteht aus vier Sektionen. Hier im linken Bereich befindet sich die Funktions-Sektion. Im großen mittleren Bereich befindet sich die Vorschau-Funktion für Projekt und Quelle. Auf der rechten Seite die Protokoll-Funktion und unten wird die Timeline angezeigt. Seit einigen Versionen von Shotcut gibt es jetzt auch nun die Möglichkeit, einen Film-Ordner anzulegen bzw. wo ihr eure Filmprojekte ablegt. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Da gebe ich den Shotcut-Tutorial-Ordner an, wähle diesen aus und dann steht er hier. Dann könnt ihr noch einen Namen zu diesem Projekt angeben. Ich nenne es mal Tutorial01. Ach, Unterstrich ist besser. Und dann kann man hier den Videomodus eingeben bzw. aus einer Liste heraus die Videoauflösung mit der Bildwiederholrate, also Frames per Second angeben. Ihr könnt natürlich auch benutzerdefinierte Filmraten oder auch Filmauflösungen auswählen und selber hinzufügen. Doch bevor wir das machen, schauen wir zunächst einmal nach, welche Eigenschaften unser vorher aufgenommenes Filmmaterial eigentlich hat, also Auflösung, Audio-Eigenschaften und die Bildrate, Frames per Second. Für eine ausführliche Analyse benutze ich diesen SM-Player, den ihr hier runterladen könnt. www.smplayer.info. Kommen wir zum ersten Filmbeispiel, das wir analysieren wollen. Ich nehme mal hier die 47, die schiebe ich hier rein. Mache ich mal eben auf leise oder auf lautlos und während er anzeigt oder wir drücken auf Stop, können wir auf das Menü Anzeigen, Informationen und Eigenschaften klicken. Und wichtig sind für uns die Auflösung, also welche Urauflösung es hat, welcher Codec und ganz wichtig die Frames per Second. Auch die Tonspur sollte man nicht außer Acht lassen. Hier 48.000 Hertz verwendet der Codec AC3, also ein ziemlich standardisierter Wert für eine Videoaufnahme mit einer Videokamera. Die Codec-Informationen lassen sich natürlich auch über den VLC-Media-Player abrufen, unter Werkzeuge, Codec-Informationen. Da stehen auch die wichtigsten Eckdaten für dieses Videomaterial drin. Also auch hier die Auflösung, die Bildwiederholrate und die Audio-Eigenschaften. Wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, gibt es zu diesen beiden Mediaplayern Unterschiede. Der SM-Player, da stellt das viel farbenfroher dar und viel kontrastreicher. Deswegen habe ich mich auch für diesen SM-Player entschieden. Und außerdem gibt es viel mehr Informationen hier abzurufen über die Eigenschaften des Films. Kommen wir zu einem zweiten Beispiel, das ich mit der gleichen Filmkamera aufgenommen habe, aber es sind unterschiedliche Eigenschaften. Wir achten mal auf dieses kleine Eichhörnchen. Wir sehen, das schliert so. Da sind so Streifen drin. Dann gucken wir uns noch mal die Eigenschaften an. Und was sehen wir? Die gleiche Auflösung bei 25 Bilder pro Sekunde. Und auch die Tonspur ist der gleiche Wert geblieben wie beim ersten Beispiel. Kommen wir aber nun zu diesen Schlieren, die wir eben gesehen haben. Und das nennt sich Interlacing. Was ist Interlaced? Oder auch Halbbildverfahren genannt. Dies ist eine Einzelaufnahme aus einem Filmausschnitt, die sich im leichten Schwenk befand. Wenn ich jetzt einmal vergrößere, schauen wir mal, sehen wir hier Zeilen. Das heißt, dieses gesamte Bild wurde aus zwei Halbbildern zusammengesetzt. Das erste Halbbild besteht nur aus den ungeraden Zahlen der Zeilen und das zweite Halbbild aus den geraden Zahlen der Zeilen wird dann zu eins zusammengesetzt. Und somit sehen wir hier zwei unterschiedliche in der Bewegung unterschiedliche Bilder. Dieses Verfahren hatte seinen Ursprung aus der Röhrenfernsehzeit, die mittels Halbbilder im Zeilensprungverfahren ganze Bilder zusammengesetzt hatte. Und deswegen ist es so wichtig, im Menü des Full HD Camcorders die Aufnahmen auf Progressive zu stellen. Bei der Nachbearbeitung mit Shotcut von Bildschirmaufnahmen wie dieses Tutorial zum Beispiel oder Let's Play Videos oder anderen pixelbasierten Videoaufnahmen ist schon darauf zu achten, was diese im Ursprung für eine Framerate haben. Ich zeige mal hier einige Presets. Das gibt es hier zum Beispiel 29,97 Frames per Second. Das ist ein amerikanisches Format. Kinoformat wären 24 Frames per Second. Ich selber nehme hier gerade dieses Tutorial mit 50 Frames per Second auf, werde sie aber in 25 Frames per Second finishen. Das geht, weil ich kann ja 50 durch 2 teilen, während es bei 60 Frames per Second durch 2 dann 30 Frames sind. Würde man von 60 auf 50 runter skalieren oder von 30 auf 25, dann gäbe es unerwünschte Effekte. Da kann es unerwünschte Effekte geben. Im Audiobereich klicken oder das Bild stottert. Jedenfalls wichtig ist diese Einstellung. Hier steht noch auf Englisch, ja gut okay, die deutsche Übersetzung hat noch nicht hier ganz gereicht, dass wenn es auf Automatisch steht, so wie hier, dass beim nächsten Projekt automatisch die Einstellungen übernommen werden. Bildschirmauflösung und die Frames per Second. Ansonsten geht ihr hin. Wenn nichts dabei ist, was ihr wollt, dann könnt ihr selber eure Einstellungen definieren. Das machen wir mal. Wir gehen auf Hinzufügen und ihr gebt das Ganze im Namen. Ihr habt gerade gesehen, ich gehe immer nach der Bildschirmauflösung und nach der Bilder pro Sekunde und ich möchte hier zum Beispiel 720x480x15 haben. Das ist natürlich ein Fantasieformat, ist klar. Da muss ich dann hier auch 15 Frames per Second angeben und jetzt seht ihr hier Progressive, Vollbildverfahren. Ja, das betrifft natürlich nur die Filmchen, die im Interlaced Modus aufgenommen sind. Ansonsten könnt ihr das ignorieren. Der Farbraum, da bleibt ihr am besten dabei. Ja, und dann drückt ihr auf OK und schon könnt ihr aus dieser Liste heraus, welches ich hier automatisch gestellt habe, oder aus dem Videomodus, hier ist nochmal die gleiche Liste zu sehen, geht ihr auf Benutzer definiert und dann seht ihr dann halt eben hier dieses Fantasie-Ding, diese Fantasie-Einstellung. Die wollen wir aber nicht haben. Die werden wir jetzt mal löschen. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Macht ihr hier ein Häkchen dran, geht auf OK und dann ist es aus dieser Geschichte gelöscht. Kommen wir nun zum Layout der Oberfläche von Shotcut. Ja, wie ihr seht, gibt es hier auch schon so einige Symbolchen hier oder auch hier einige Anfasser. Da kann man breiter machen, schmaler machen und hier auch. Aber man kann noch andere Sachen mit hinzuschalten, wie zum Beispiel das Export-Panel. Gut, OK. Das wäre dann hier. Das sieht man dann auch. Dann die Zeitachse, das ist klar, das ist hier unten. Dann die Schlüsselbilder. Da tut sich dann hier ein Reiter auf. Dann die Filter. Dann sehen wir plötzlich, aha, hier ist noch ein Filterreiter mit reingekommen. Dann den Verlauf. Dann haben wir hier noch einen Reiter dazu bekommen. Zuletzt geöffnet, das wäre dann kürzlich. Eigenschaften. Dann haben wir hier noch einen Reiter hinzugekriegt. Ja, und den Pegelmesser, das wäre dann hier der hier, der Audio-Rofnahmesser. Der liegt hier dazwischen. Das ist dann genau richtig. Das ist dieser hier. Was wir noch machen können, ist, das mache ich zum Beispiel für mich privat, dass ich hier diesen Videoschirm, da werden wir gleich was sehen, abkoppel und auf den externen Bildschirm umschalte. Das geht unter Einstellungen, Externer Bildschirm. Und wie ihr seht, habe ich hier zwei Bildschirme. Würde ich jetzt hier auf Bildschirm 1 gehen, würde sozusagen das Vorschaubild auf meinem anderen Monitor angezeigt. Wer eine andere Anordnung haben möchte davon, der kann auch hier diese Sektion entkoppeln. Das heißt, ich drücke auf dieses Symbol und kann es irgendwo anders platzieren. Das geht mit jedem Fenster, das dieses Symbol hat. Entweder hier oben drin. Jetzt seht ihr, ist das hier runtergegangen. Oder ich gehe nochmal auf Entkoppeln. Mach es dann etwas weiter links. Also je nachdem, wo ihr das positioniert, wird es gerade entweder dazwischen oder drüber gelegt. Dann müsst ihr selber gucken, wie ihr das hier anordnen möchtet. Aber ich möchte es wieder ganz gerne da haben, wo es vorher war. Ich glaube, das war so. Nichts ausgewählt. Ne, war es nicht. Oh Mann, was mache ich jetzt? Keine Panik. Unter Ansicht Layout können wir wieder zurück zu dem Standard Layout gehen. Habt ihr Gefallen an eurem Layout gefunden? So könntet ihr es auch abspeichern. Ich zum Beispiel habe meins abgespeichert unter Default. Und da sehen wir hier auch die ganzen Reiter, die ich eben aufgeführt habe. Doch wie speichern wir es ab? Da geht es ganz einfach wieder mit dem Punkt hinzufügen. Dann könnt ihr den Namen eingeben. Auf OK klicken. Und dann könnt ihr unter Ansicht, wie zum Beispiel hier, habe ich es ja Default genannt, euer eigenes Layout wieder aufrufen. Die Sektionen, die über diese Buttons aktiviert wurden sind, könnt ihr, wie hier im Beispiel des Verlaufes, nicht mehr über die Buttons reaktivieren. Das müsst ihr dann unter Ansicht machen. Unter Ansicht Oszilloskope lassen sich noch zusätzliche optische Analyseeinheiten aktivieren. Zum Beispiel die Audio-Lautheit nach LUFS oder zum Beispiel das Audio-Spektrum. Das wird dann hier angezeigt. Oder zum Beispiel die Audio-Wellenform, das Video-Histogramm und die Video-Wellenform. Könnt ihr aber auch hier wieder deaktivieren. Kommen wir nun zu einem nächsten wichtigen Punkt und zwar die Einstellungen. Da sollten wir vorher auch nochmal drüber gucken. Der Video-Modus, den habe ich bereits erklärt. Hier kann man drei verschiedene Audio-Kanäle einstellen. Mono, Stereo und 6, also 5.1. Dann Audio beim Scrubbing, komme ich später drauf. Komme ich auch später drauf auf Echtzeit. Vollbildverfahren kann man eigentlich weglassen, wenn man keine Interlaced-Filme hat. Ich werde jetzt keinen Interlaced-Film bearbeiten, also lasse ich es weg. Dann, wie soll der D-Interlacer funktionieren? Ein Halbbild, linear überblenden, Schnellgutzeit und so weiter. Steht standardmäßig auf ein Halbbild schnell, sollte auch so sein. Die Interpolation natürlich am besten, für die beste Qualität. Externer Bildschirm ist klar, wenn ihr einen zweiten Monitor habt, könnt ihr auf diesen umschalten bzw. das Vorschaubild. Die Sprache, hier gibt es sehr viele Sprachen. Ja, bis Katalan und Ukrainien. Ukrainian, okay. Ich dachte schon, welches Land ist das denn? Ja, dann Thema. Da gibt es zwei auszuwählen, und zwar für Augenschonend Fusion Dark und Fusion Light. Ich schalte mal eben kurz um. Nein. Ich glaube, das möchte keiner haben. Das ist nicht so toll. Das verwirrt auch total die Augen. Weiteranzeigemethode. Das ist ein Punkt, den müsst ihr ausprobieren. Das ist nämlich grafikkartenspezifisch. Und wenn ihr mit getrenntem Monitor arbeitet, also mit dem getrennten Vorschaubild, Projektbild, Filmbild, dann müsst ihr gucken, wie das mit der Timeline aussieht, dass es da keine Flacker-Geschichten gibt. Bei mir jedenfalls. Komme ich aber später auch noch zu. Dann Anwendungsdatenverzeichnis. Das ist jetzt das eigene Verzeichnis für das Programm. Da kann ich zum Beispiel hingehen. Dann geht es zum Beispiel auf eigene Dateien. Also hier oben drinnen kann man auch getrost ignorieren. Ja, Clear, Recent und Exit. Also wenn ich sozusagen das Projekt beende, dann wird alles gelöscht. So verstehe ich das. Ich habe es nicht aktiviert, das Häkchen. So, soweit zu diesen Einstellungen. An dieser Stelle möchte ich nochmal einen kleinen Tipp vorausschicken. Es geht um die bildverarbeitenden Programme generell. Sei es jetzt hier Gimp, Photoshop oder andere Fotobild verarbeitenden Programme oder es geht um Filmschnittprogramme. Dann ist es ratsam für genaue Wiedergabe von Farben und Helligkeit ein kostenloses Kalibrierprogramm auszuwählen. Das nennt sich Quick Gamma. Das kann man auch unter dem entsprechenden Namen herunterladen. Also www.quickgamma.de Dann wird gefragt, welcher Monitor ich ganz gerne kalibrieren möchte. Man kann mehrere übrigens kalibrieren. Und als Information steht dann hier, dass dieses Programm für Windows oder höher ist und es wird sozusagen ein ICT-Brillschirmprofil erstellt, welches vom Lootloader in Windows eingeladen wird. Das sollte natürlich auch administrativ installiert sein. Nur soweit kann ich sagen, dass ich das jetzt hier nicht zeigen kann, weil es sich ganz genau an die Auflösung und an die DPI vom Monitor orientiert. Das Ganze geht auch für die einzelnen Farben, für die RGB-Farben. Und als Hilfe ist hier alles beschrieben, exakt beschrieben, wie man das einstellt. Zum Beispiel unter Punkt 4 steht, dass man als erstes den Monitor, die Helligkeitswerte einstellt, indem man sich hier an Black Level A und B orientiert. Wenn man das gemacht hat, kann man dann in die Feinarbeiten gehen. So weit, so gut. Und nun wäre es an der Zeit, mal ein kleines Filmchen zu bearbeiten. Doch vorher muss ich mal ein selbstprogrammiertes Eingabeinterface für UBS anmachen. Da seht ihr, hier ist eine Tastatur. Und hier ganz auf der rechten Seite, das soll der 6er Block sein, mit Einfügen, Entfernen, Position 1 und Ende, Bild auf und Bild ab und dann natürlich noch Klima aus. Da könnt ihr alles sehen. Und wenn ich irgendwie eine Taste drücke, passiert hier auch was. Oder ich drücke Shift und noch eine andere Taste. Damit könnt ihr dann später, wenn ihr was nicht verstanden habt, nochmal genau gucken, welche Tastenkombination ich für welche Funktion genommen habe. Kommen wir nun zum Einfügen von Filmen in die Wiedergabelliste. Hier seht ihr den Reiter Wiedergabelliste. Und ich möchte ganz gerne ein paar Filmchen einfügen. Was nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal die 50, die 51, die 52 und die 53. Die schieben wir dann in die Wiedergabelliste hinein. Da gab es übrigens noch einen Text als kleine Hilfe, wie man in der Wiedergabelliste sortiert, einfügt oder anderes. Wir können in der Wiedergabelliste ein Filmchen nehmen und den irgendwo an eine andere Position stellen, setzen oder setzen meine ich. Oder wir haben ja hier nämlich auch noch ein paar Buttons. Wir können in der Wiedergabelliste sortieren lassen. Und zwar nach Name oder nach Datum. Unter der Wiedergabelliste gibt es noch ein paar Symbole. Wobei ich ehrlich gestehen nicht weiß, was das zu bedeuten hat. Plus und Minus. Wenn ich hier drauf drücke, dann kopiert sich nur hier die 53. Das war es dann auch. Dann entferne ich die mal. Die Buttons hier Plus und Minus benutze ich nicht. Höchstens in Aktualisieren. Denn diese Filmflicks oder die Filmausschnitte sind lediglich Verlinkungen zu dem Ordner, wo die Filme drin sind. Also jetzt keine kompletten Filme hier in diesem Shotcut Projekt. Dann haben wir noch eine Art, die Anzeige zu ändern. Und zwar entweder als Kacheln oder als Detailfenster. Da muss ich hier mal aufmachen. Da seht ihr, wann aufgenommen worden ist. Wo der Anfang ist. Wie lang die Laufzeit ist. Wo der Inpoint ist. Und wie der Clip heißt. Ich bevorzuge aber doch hier lieber die schmale Version. Und bin damit auch gut gefahren. Betrachten wir mal hier dieses Video Vorschaufenster. Da gibt es zwei Reiter. Einmal Projekt und einmal Quelle. Quelle ist jeweils das Video mit gemeint, was gerade ausgewählt worden ist. Oder welches ich hier doppelklicke. So wie es hier vorher im Text gestanden hat. Projekt. Da sehen wir hier eins, zwei, drei, vier Marker drin. Das heißt, dass das ganze Projekt angezeigt wird. Somit haben wir auch eine Übersicht. Aha, da sind jetzt schon mal 53 Sekunden, 22 Sekunden, die der Film brutto hat. Unter der Timeline des Video Vorschaufensters befinden sich die Play Buttons. Da kann man hier sehen, wenn man länger drauf hält. Springe zum vorherigen Punkt. Das heißt also bis zum nächsten Video Anfang oder Video Ende. Das gleiche gilt hier für den nächsten Punkt. Dann schneller Vorlauf. Und ganz normal Play. Rechts daneben ist ein Zoom-Umschalter. Wenn man den nämlich hier einmal klickt, dann aktiviert man ihn oder deaktiviert man ihn. Rechts daneben ist dann noch ein Fallmenü. Entweder Zoom passend, 200%, 25, 50 und so weiter. Schalten wir ihn mal wieder auf passend. Dann haben wir hier noch eine Art Rasterfunktion. Auch hier wieder ein Fallmenü, wie wir es haben wollen. 2x2, 3x3, 4x4, 16x16. Dann sieht man, aha, dann haben wir hier so eine Art Orientierungsraster. Und Save Areas. Gut, dann schalten wir das Ganze wieder ab. Und hier haben wir den Lautstärkeregler. Entweder Muting mit dem X oder je nachdem wie laut wir es hier haben wollen. Zur Erklärung dieser beiden Reiter sei nochmal gesagt. Der Projektreiter ist für das gesamte Projekt. Und der Quellenreiter ist für jedes einzelne Objekt. Hier zum Beispiel in dieser Wiedergabeliste. Den klicke ich mal doppelt an. So wie das eben im Text stand. Dann passiert folgendes. Es wird umgeschaltet auf den jeweiligen Clip mit der Gesamtzeit. Und zusätzlich sehen wir noch einen blauen Balken, der sich über die Gesamtzeit des jeweils einzelnen Videoclips erstreckt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier drauf gehe und doppelklicke dort, dann sehen wir hier 16,42 Sekunden. Das ist jeweils immer hier die Gesamtzeit. Direkt unter diesem blauen Balken befindet sich die Timeline für den jeweiligen Clip. Entweder drücke ich auf Play und kann ihn mir schon mal so vor angucken. Aber ich kann auch alternativ die Space-Taste drücken. Oder ich kann mit gedrückter linker Maustaste hin und her scrubben. Also schieben. Rückwärts geht langsamer. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo es um dieses Audio Scrubbing geht, was ich vorhin angesprochen habe. Und zwar ist hier ein Häkchen gesetzt. Und das werde ich jetzt deaktivieren, weil ich es hier nicht brauche. Gehen wir nochmal zurück. Wir suchen uns dann einen Punkt aus, wo ich mal denke, ach, das wäre eine Szene. Und zwar ab dieser Szene hier könnten wir mal einen In-Punkt setzen. Also den Anfang eines Clips setzen. Da drücke ich I. Und ich möchte ganz gerne nur den Zoom haben. Ja, das braucht immer ein bisschen. Kommt auf den Rechner an. So, dann halt mal ein bisschen drauf hier auf den Felsen. Okay, jetzt drückt er sich wieder zurück. Okay, das lasse ich mal so. Und drücke die Taste O für Out. Also für den Endpunkt. Und ihr seht, dann hat sich dieser blaue Balken sozusagen auf diesen Bereich konzentriert. Und ich habe die Möglichkeit mit linker gedrückter Maustaste rüber zu schieben in die Wiedergabeliste. Und habe somit auf 6 Sekunden 20 verkürzt, was das Original angeht. Zum Beispiel hier als Vergleich haben wir hier die 16 Sekunden 42 und hier haben wir die 6 Sekunden 20. Jetzt könnt ihr natürlich das Original löschen, damit ihr ein bisschen die Wiedergabeliste übersichtlicher gestaltet. Das könnt ihr entweder machen mit Rechtsklick entfernen oder mit der Tastatur auf dem 6er Block entfernen. Die Methode im Vorschaufenster zu schneiden benutze ich äußerst selten. Ich habe mir anfangs angewöhnt aus der Wiedergabeliste unten in die Timeline zu schieben. Davon kann ich nur abraten. Ich mache das jetzt mal. Es generiert sich auch eine Video-Audio-Spur. Doch gehe ich auf Quelle und da muss ich immer vorher kontrollieren, ob der Reiter auch aktiviert ist. Und halte mit gerückter Maustaste mit der linken und schiebe hier runter. Dann seht ihr, aha, es bildet sich so ein graues Quadrat und kann schon mal im Voraus sehen, wo ich meinen Clip positionieren möchte. Lasse los und da ist er. Zum besseren Verständnis wiederhole ich das Ganze noch einmal. Gehe hier drauf, schiebe direkt aus der Wiedergabeliste und sehe nur das Wörtchen Überschreiben hier. Wenn ich nach hinten gehe, dann bildet sich kein graues Fenster oder Quadrat, wo ich mich ungefähr orientieren könnte. Jetzt gehe ich mal ganz knallhart drauf und lege das einfach hier drauf. Und dann überschreibe das so gewöhnlich über die beiden Spuren. Jetzt gehe ich wieder auf Rückgängig und dann ist abgestürzt. Das kann passieren. Gut, dass das jetzt passiert ist. Ja, falls mal Shotcut crashed und ihr habt vorher nicht abgespeichert, dann öffnet ihr nochmal Shotcut neu. Geht unter Einstellungen und wie besprochen hatten wir ja mal ganz kurz den Anwendungsdatenverzeichnispfad gesehen, den wir uns anzeigen lassen können. Und dort ist in dem Ordner Autosave gibt es sämtliche Shotcut Autosaves, die Shotcut im Hintergrund macht. Wir rufen sozusagen das letzte Projekt auf, indem ich auf Änderungsdatum klicke, um somit halt eben auch die neueste Version zu haben. Machen Doppelklick und es öffnet sich dieses letzte Projekt vor dem Crash. Jetzt hat sich dieses Projekt natürlich unter einem anderen Namen geöffnet. Das heißt, wir müssen also nochmal neu speichern unter dem eigentlichen Pfad. Das mache ich mal eben. Das ist bei uns das Tutorial 01 gewesen. und überschreiben es somit. Und schon ist alles gerettet. Es kann durchaus sein, dass wenn wir Shotcut erneut öffnen und hier in der Recent Projects Liste das letzte gespeicherte Objekt angezeigt wird und wir darauf klicken, wir diese Meldung bekommen. Wollen Sie diese wieder herstellen? Dann greift Shotcut auf die Datei zu, die ich gerade eben im Autosave Ordner geöffnet habe. Das ist eine Methode, um auf der sicheren Seite zu sein. Denn es kann durchaus passieren, dass diese Meldung nicht kommt. Ja und dann öffnet sich unser Projekt wieder kurz bevor es den Crash gab. Solltet ihr nach der ersten Methode die Datei wieder hergestellt haben, dann achtet darauf, dass euer Unbekannt geschlossen wird. Denn das verbraucht viel zu viel Ressourcen. Man kann Shotcut übrigens auch in mehreren Instanzen öffnen, wie ihr gerade gesehen habt. So, zurück zu dem Eigentlichen. Wir machen jetzt weiter mit den Befehlen Rechtsklick Entfernen und Wegnehmen. Entweder kann ich einen Clip wegnehmen, dann entsteht hier diese Lücke und dieser Clip bleibt stehen. Das Ganze kann ich aber auch mit dem 6er Block Entfernen machen. Oder ich kann diese Pfeiltaste benutzen, die da unglücklicherweise heißt, weghebend den aktuellen Clip entferne, ohne die Position anderer Clips zu beeinflussen. Das geht auch. Dann gibt es noch die Möglichkeit von Entfernen hier in diesem Fallmenü. Da rückt nämlich automatisch der Clip oder weitere Clips weiter nach vorne. Das Ganze kann ich auch wieder mit einem Hotkey machen, indem ich Shift drücke und auf die Entfernen-Taste im 6er Block. So, jetzt fangen wir nochmal ganz von Neuem an für die normale Methode. Also Doppelklick hier auf die Quelle. Achtet darauf, dass hier der Quellenreiter aktiviert ist. Dann ziehen wir hier rein. Doppelklick auf den nächsten Clip. Ziehen wir auch hier rein. Und so weiter. Und dann haben wir alle Clips drin. Betrachten wir uns doch mal die Zeitachse, respektive das Menü hier. So haben wir ja schon so einige Geschichten angeklickt, wie zum Beispiel nicht überschreibendes einfügen. Gut, okay. Ich habe jetzt hier im Windows meine Schriftgröße ein bisschen vergrößert. Das wird bei euch anders aussehen. Und was mich so ein bisschen nervt ist die Spurhöhe. Die kann man entweder hier verringern oder man kann sie mit STRG Gleichheitszeichen wieder vergrößern. Das Ganze geht auch mit STRG Minus und STRG Null bzw. Gleichheitszeichen erweitert sich die Höhe wieder. So, jetzt gehen wir mal hier wieder auf die schmale Version und kommen zur Vergrößerung oder Verkleinerung der Zeitleiste bzw. Zeitachse. Entweder ihr könnt das hier mit diesen Buttons machen, Plus und Minus oder mit dem Schieberegler. Das läuft noch nicht synchron. Je nachdem, wenn ihr immer loslasst, dann seht ihr die Streckung oder die Stauchung der Zeitachse. Das gleiche funktioniert auch mit der Taste Minus. Und mit dem Gleichheitszeichen, also SHIFT Null. Was diese beiden Buttons angeht, so gibt es dafür auch ein Hotkey. Dafür drücke ich die Taste ALT und die Pfeiltaste links nach rechts. Somit kann ich zu jedem Anfangs- und Endpunkt springen. Das gleiche gilt auch für die einzelnen Clips unten in der Zeitleiste. Da drücke ich STRG und kann dann jeweils die einzelnen Clips anzeigen lassen oder markieren. Mit den Tasten Position 1 im 6er Block springe ich entweder ganz zu Anfang des Filmes und mit der Taste Ende ganz zum Schluss. Position 1 im 6er Block. Anfang, 6er Block, die Taste Ende, Ende des Videoclips. Kommen wir jetzt zu einem Punkt, der die Handhabung ein wenig vereinfacht. und zwar Center the Playhead. Den kann man ausschalten und den kann man einschalten. Ich bevorzuge die Position in der Mitte. So, dafür werde ich mal zur Demonstration mal vergrößern und mal zu die einzelnen Clips springen. Und dann seht ihr, gut okay, der Anfang ist natürlich klar, dass der Cursor am Anfang ist. Aber ich habe jeweils, wenn ich von Clip zu Clip springe, den Cursor in der Mitte. Deaktiviere ich jetzt nun Center the Playhead und ich springe wieder durch die Clips. Und seht ihr, bleibt der immer im hinteren Bereich oder im vorderen Bereich, je nachdem wie viele Clips ihr habt. So, ich werde jetzt mal wieder zurück zu meiner bevorzugten Einstellung gehen, Center the Playhead. Und wir werden jetzt eine neue Videospur hinzufügen. Das geht entweder mit Videospur hinzufügen aus dem Menü oder wie ihr gesehen habt mit STRG i. So, und da werde ich doch echt versucht mal zu prüfen, wie viele Videospuren wirklich hinzuzufügen sind. Da werde ich mal ganz viel, V4 und auch. Alter! 50, 59, 60, 70, 77, 78, 90, 100. Ich glaube, ich kann jetzt aufhören. Aber ich bin bei 128 Videospuren gekommen. Ja, ob das wirklich dann auch in der Bearbeitung so nutzvoll ist oder auch so viele Spuren zu benutzen, weiß ich nicht. Aber wenn man die wirklich alle benutzt, ich möchte nicht wissen, wie lang die Renderzeit ist. Mit dem Cursor runter und hochtasten kann ich die Videospur wechseln. Für jede Videospur gibt es hier noch drei Symbole, die eigentlich für sich sprechen. Hier kann man sozusagen auf Stumm schalten, da wird der Audiokanal ausgeschaltet. Hier kann man die Sichtbarkeit ein- und ausschalten. Und hier kann man die Spur sperren. Das sieht man hier durch so eine schraffierte Linie. Der Übersicht halber kann ich die Videospuren einzeln benennen. Wenn ich zum Beispiel hier hingehe und sage Wald, drücke auf Enter, dann haben wir die Videospur Wald genannt. Und hier könnten wir auch einen anderen Namen sagen, nehmen wir mal Himmel. Kommen wir nun zu dem Punkt Nicht-Überschreibendes einfügen. Da habe ich hier ein Häkchen gesetzt. Dann gehe ich jetzt mal auf den nächsten Clip und ziehe mir mal noch einen kleinen Clip auf die obere Videospur. Da steht Überschreiben drauf. Und obwohl ich Nicht-Überschreibendes einfügen aktiviert habe, wurde es hier überschrieben. Das heißt, die untere Spur, die nicht gesichert ist, also hier nicht gelockt ist, wurde nicht beeinträchtigt. Das Ganze machen wir mit STRG Z rückgängig. Und versuchen mal dieses Häkchen zu deaktivieren und dann ein Videoclip hier einzufügen. Das steht auch Überschreiben. Also Null-Effekt. Das wollte ich jetzt nur mal demonstrieren, dass so in diesen Einstellungen nichts passiert. Das Ganze gilt natürlich auch, wenn ich einen Clip auf andere Clips in der gleichen Spur setze. Dann wird überschrieben. Dann machen wir das Ganze wieder rückgängig. Und aktivieren mal Nicht-Überschreibendes einfügen. Dann machen wir das Gleiche nochmal. Und ihr werdet sehen, auch hier ist der gleiche Effekt. Wenn das natürlich nicht gewünscht ist und ein Einfügen vonnöten ist, gibt es diese Funktion, die sich unglücklicherweise nach unten droppen nennt. Die aktiviere ich nun. Und jetzt gehe ich mal auf die erste Spur. Und wir sehen, steht ein Einfügen dort. Und es hat die untere Spur nicht überschrieben. Das heißt also, die Spur wurde unten automatisch nach rechts gerückt. Gehe ich mal wieder zurück. Und deaktiviere das Nicht-Überschreibende. Einfügen. Und ziehe nochmal hier rauf. Dann hat er überschrieben. Also die untere Spur überschrieben. Und nichts verrückt. Gehe ich nun auf die untere Videospur. Steht hier auch Einfügen drauf. Und ihr könnt euch natürlich denken, was passieren wird. Es wird mittendrin geschnitten. Das heißt, der vordere Bereich dieser beiden Clips wird getrennt. Und der einzufügende Clip ist dazwischen gesetzt worden. Oh, da fällt mir gerade auf, dass mein Input nicht ganz gut zu sehen war, weil das überlappte hier ein bisschen. Ja, das Ganze hat natürlich einen Vorteil, wenn ich zum Beispiel mittendrin in einem Clip in der gleichen Spur einfügen möchte. Bei Nicht-Überschreibendes Einfügen und bei gesetzter Ripple-Funktion, dass ich, wenn ich hier den Clip nehme und hier auf den Anfang snappe oder auf den Cursor oder hier drauf, geht auch, lasse los, dass dann mittendrin eingefügt worden ist, während rechts alles verschoben ist. Also man muss sich merken, alles was rechts davon ist, wird verschoben oder weggeschnitten. Probieren wir das Ganze nochmal aus bei dem gesetzten Haken des Nicht-Überschreiben des Einfügens. Gehen wir nochmal drauf und setzen hier nochmal rein. Steht auch einfügen. Aber wohin hat das denn eingefügt? Das nach vorne eingefügt? Das sieht so aus. Ich muss zugeben, das Ganze ist etwas verwirrend für den einen oder anderen. Deswegen sollte man unbedingt erstmal ein bisschen üben. Ich persönlich arbeite jedoch mit aktivierten Nicht-Überschreibenden Einfügen und dieser Ripple-Funktion, denn diese Kombination hat den Vorteil, dass ich, wenn ich hier irgendwo mal angreife und ich möchte irgendwas verschieben, dass ich dann alle Spuren verschieben. Das ist eine höchst praktische Funktion. Wenn ich jedoch nach vorne verschiebe, dann wird die untere Spur überschrieben. Da finde ich, sollte Shotcut noch ein bisschen dran arbeiten. Wenn ihr Gefallen an Shotcut bekommen habt und während des Arbeiten so einige Funktionen vermissen solltet, die ihr absolut nicht finden könntet, dann guckt doch mal unter Shotcut Roadmap vorbei. Denn da ist so eine Art To-Do-Liste drin, die da sagt, was noch in der nächsten Version gemacht wird. Zum Beispiel Multiple Playlists, Undo, Redo Support für Filters. Also zum Beispiel kann man kein Undo, also kein Rückgängig für die Filter-Sektion aktivieren. Dann jetzt, was sich wahrscheinlich jeder fragt, sind Multiple Selection in Timeline. Das heißt, dass man mehrere Filmstücke auswählen kann, was vorher überhaupt nicht ging. Was auch schön ist, was noch kommen wird, sind Gruppen in der Zeitlinie, also unten in der Timeline. Und was auch gut ist, für viele sind Markers, die gibt es nämlich noch nicht. Das heißt also, ich kann einen Marker setzen ab einer bestimmten Position und dann weiß ich, Aha, da habe ich eine Stelle, die müsste ich mal bearbeiten oder da wird was eingefügt. Also wie schon gesagt, ein kleiner Tipp am Rande, Shotcut Roadmap mal ab und zu mal vorbeigucken und sich informieren, was noch gemacht wird. Diese Funktion ist die Einrasten-Funktion, das steht auch hier. Und wenn ich etwas verschiebe, dann rastet es natürlich merklich ein an den Stellen. Entweder an dem Ende oder an dem Anfang oder am Cursor oder an anderen Video-Ausschnitten. Machen wir nun ein kleines Filmchen. Entweder die ganzen Spuren löschen und neue machen. Oder, ich gehe mal ganz nach vorne, ich wähle den Clip aus, drücke Shift, entfernen, auswählen, Shift, entfernen. Und wenn die obere Spur nicht geblockt ist und ich wähle die untere Spur an und entferne auch, dann wird diese mit entfernt. Ich habe mich für diese beiden kleinen Ausschnitte entschieden, weil die brauche ich nicht. Sicherheitshalber Rechtsklick entfernen nehmen, ist mir in meiner Erfahrung aufgefallen. Ja, und dann mache ich nochmal einen Doppelklick drauf und gucke, aha, hier ist noch alles voll. Hier noch ein Doppelklick, aha, hier der ist ja definiert worden von der Ursprungslänge 11 und 4 Frames. Also 11 Sekunden und 4 Frames. Dann gehe ich wieder hier hin, schiebe das hier rüber, kann den hier auch entfernen, dann habe ich hier wieder die volle Länge. Ja, und was nehmen wir denn da mal? Dann nehmen wir ihn hier mal in die erste Videospurzeile und in die zweite Videospurzeile dahinter. Dann gehen wir wieder nach vorne. Ich mache zunächst erstmal was ganz einfaches und zwar werde ich diese beiden Clips schneiden und möchte Übergänge machen. Wie mache ich das? Ja, da gucken wir mal einfach rein. Entweder mache ich hier einen Sprung oder ich gucke mir das in Echtzeit an. Ich habe mich aber entschieden, dass ich hier so in der Mitte schneide. Dann gibt es wieder eine Kurztaste, die da heißt S. Denn da wo der Cursor drüber liegt, wird ab dieser Stelle in der markierten Videospur geschnitten. Das Ganze mache ich hier auch. Seht ihr? So klappt das nicht. Ich muss nämlich noch die Spur wechseln und dann drücke ich S. Jetzt möchte ich meine Schnitte noch positionieren und zwar zu woanders hin. Gehe ich hier runter, gehe ich hier hoch und diesen möchte ich ganz gerne nach vorne schneiden. Und gerade habt ihr gesehen, dass dieser Clip nachgerückt ist. Warum? Weil ich noch diese Ripple Funktion aktiviert habe. Gehen wir auf rückgängig. Deaktivieren die Ripple Funktion. Dann können wir nach oben schieben und die Lücke bleibt. Ja, das Ganze machen wir da so. So. Hier runter und da hoch. Das soll so ganz gut sein. Das Ganze ein bisschen vergrößern zur Übersicht. Dann schiebe ich den wieder runter und den auch wieder runter. Und hier ist ein Fehler drin, sehe ich gerade. Da ist irgendeine Lücke. Wenn das vorkommt, einfach mal vergrößern bis zum geht nicht mehr. Das wird da vergrößert, wo nämlich da auch der Cursor ist. Zack. Und da haben wir eine Lücke drin. Das ist kein Problem. Entweder Rechtsklick entfernen. Dann drückt das alles nach. Die anderen sind auch noch gerückt. Gucken wir nochmal nach. Ja, super. Wunderbar. Jetzt ist es flüssig. Dann gucken wir mal, welchen Videomodus wir aktiviert haben. Soweit ich weiß, waren es 50 Frames per Second. Das steht hier auch so. Weil ich möchte ganz gerne eine Einblendung haben von einer Sekunde. Demnach sind also 50 Frames per Second eine Sekunde. Dann habe ich hier einen Anfasser und kann den nach rechts ziehen. Dann seht ihr hier die Zahlen. So. Und dann sind wir hier auf einer Sekunde. Wenn ich das Ganze abspiele, dann seht ihr, wie das einblendet. Gehen wir wieder zurück. Und schalten auf Filter um. Aktivieren diesen Clip. Und dann sehen wir, aha, Video einblenden, Audio einblenden. Und hier steht auch nochmal die Zeit, wie lang eingeblendet wird. Danach möchte ich ganz gerne auch eine Sekunde, einen weichen Übergang haben. Zum nächsten Clip. Den schiebe ich auch eine Sekunde rüber. Also 50 Frames. Vorsichtig. Wenn es zu viel springen sollte. Also nicht ganz genau der Wert ist. Dann könnt ihr hier nochmal vergrößern. Oder halt eben mit gedrückter Shift-Taste und 0. Ja, und dann haben wir hier natürlich wieder eine Lücke. Dann können wir natürlich ihn wieder anschalten, damit die Lücke geschlossen wird. Oder entfernen drücken. Dann gucken wir uns das Ganze mal von vorne an. Einblendung. Weiche Überblendung. Ja, da überlege ich mir, was machen wir denn beim nächsten Schnitt. Ach, da werden wir mal einen Blenden-Effekt nehmen. Auch von einer Sekunde. Ich aktiviere nochmal hier das Ripple. Da erspare ich mir dann einen Arbeitsschritt. Sodele. Und markiere das an. Ist ja schon anmarkiert. Gehe hier auf die Mitte. Und gehe auf Eigenschaften. Ja. Und hier. Es sind Presets. Es ist ein Fallmenü mit Presets. Hier gibt es ganz viele schöne Übergangseffekte. Zum Beispiel Auflösen. Das hatten wir ja eben schon gehabt. Das ist im Grunde genommen der Effekt, den wir im ersten Übergang hatten. Dann Ausschneiden. Balken. Horizontal. Vertikal. Scheunentor. Horizontal. Ich nehme ganz gerne entweder Uhr oben. Iris Box. Iris Kreis. Ach, nehmen wir das mal. Jawohl. Und ich gehe gerne erstmal auf die Mitte, damit ich weiß, aha, wo ist denn der Übergang drin. Man kann ja einen umgekehrten Wischeffekt nehmen. Wo dann sozusagen die neue Szene von außen reinkommt. Oder wenn man den ausschaltet, dann wird die neue Szene in der Mitte, dann wird es aus der Mitte hinein geblendet. Durch die Weichheit kann ich hier auswählen, wie weich der Übergang sein soll. Man sieht schon. Sehr, sehr weich. Oder ziemlich scharf. Und hier hat man einen richtigen Ratenkreis. Ich benutze ganz gerne mal 10 oder ihr könnt es auf 20 lassen. Das Audio ist die Überblendung. Entweder ihr möchtet ganz gerne, dass hier das Audio in dem Bereich noch bleibt. Von dem vorherigen Clip. Dann geht ihr auf Mission A. Oder ihr möchtet, dass schon von vornherein während des Effekts das Audio vom nächsten Clip zu hören ist. Dann schwingt ihr auf B. Das ist gut bei Sprache und solche Geschichten. Brauchen wir aber nicht. Beim nächsten Übergang nehmen wir auch eine Sekunde. Wie schon gesagt, ihr könnt irgendwelche Zeiten nehmen für die Übergänge. Das ist egal. Einen langsamer, einen schnellen Übergang. Und dann benutzen wir wieder einen weiteren Effekt. Zum Beispiel Uhr oben. Und da seht ihr, das ist jetzt so die Hälfte. Wie funktioniert das? Ich gehe mal rüber hier auf die Seite. Übrigens mit Space kann ich abspielen und auch stoppen. Nochmal das Ganze. Und auch hier kann man einen umgekehrten Wischeffekt einschalten. Hier auch wieder die Überblendung und hier die Weichheit. Ja und zum Schluss blenden wir das Ganze ungefähr für zwei Sekunden aus. Oder für eine Sekunde, ne für zwei Sekunden. Für die Entspannung. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Schön. Jetzt ist es aber so, dass wir die Audiospur ziemlich leise empfinden. Da gibt es nämlich auch noch einen Filter, den ihr hier mit dem Pluszeichen hinzufügen könnt. Da gibt es jede Menge Filter. Die sind auch wieder aufgeteilt in Favoriten, Video und Audio Filter. Also hier sind zum Beispiel meine Favoriten drin. Oder hier sind die gesamten Video Filter, die es hier gibt. Und wenn ihr zum Beispiel ein Filter ganz gut findet, dann könnt ihr durch... Was finden wir denn ganz gut? Ach hier Skizze. Das ist ein schöner Effekt. Dann könnt ihr hier ein Sternchen machen und dann ist dieser Filter auch hier drin. Den könnt ihr auch wieder rausnehmen. Dann löscht sich das aus der Favoritenliste. Genauso verfährt man mit den Audio Filtern. Hier kann man nämlich auch noch Filter als Favoriten nehmen. Aber da kommen wir viel, viel später zu den Filtern. Was heißt viel, viel später? Aber auf jeden Fall werde ich in der nächsten Folge einige Filter besprechen. Nun, es geht um den Normalisierungs-Zwei-Durchgänge-Filter, der hier schon in den Favoriten ist. Falls der nicht da sein sollte, geht auf Audio und guckt dann, der hier da ist und das Sternchen gesetzt ist. Okay, also klicken wir den einmal an. Dann sehen wir hier, dass hier ein minus 23,0 LUFS-Wert steht. Den kann man anheben und auch absenken. Ich bevorzuge aber doch die normale Standardversion, die man hier wieder zurücksetzen kann. An dieser Stelle sei aber gesagt, bevor ihr Schnitte und Übergänge macht, wie hier, dann macht das doch lieber vorher, dieses Normalisieren. Dann habt ihr einen irren Aufwand, gerade bei Übergängen, dass das dann ziemlich zeitintensiv ist. Damit ihr diesen Aufwand nicht habt, macht es besser vorher. Gut, jetzt kommen wir zum Analysieren dieses Stückes. Das machen wir und wir sehen hier in dieser Auftragsliste, was analysiert worden ist. Ich hatte hier schon mal analysiert, ist aber nicht schlimm. Ich schalte noch mal hier unseren Verlauf an, unser Protokoll. Da kann man jetzt auch sehen, was wir alles gemacht haben. Das Ganze machen wir auch mit diesem, mit diesem, mit diesem. Wie eben schon gesagt, ist das sehr, sehr blöd, wenn man das alles nachträglich macht. Und falls ihr es vergessen haben solltet, dann könnt ihr nämlich hier drauf klicken und zwar Filter kopieren. Doch, gilt es nur für das Normalisieren. Das heißt also, ihr müsst das Audio und Video ausblenden, weil das Kopiersymbol kopiert die ganzen Filter in der Liste. Dann geht ihr auf den nächsten Clip. Das ist ja diesmal ein Übergang. Hier könnt ihr es einfügen und braucht lediglich die überflüssigen Effekte nur zu löschen. Das machen wir dann Stopp. Und natürlich nicht vergessen zu analysieren. Ja, warum mache ich das? Wenn das einmal passiert ist, dann ist es, ist der Wert fest drin. Das mache ich dann hier auch noch. Weg, weg, analysieren. Am besten hier oben auf zweimal Minus klicken. Analysieren. Analysieren. Und so weiter und so weiter. Dann haben wir ja schon dieses Ausblenden. Das ist eine gute Orientierung, dass ich vorher die Häkchen weggemacht habe. Dann weiß ich, was ich löschen muss. Und wie schon gesagt, bevor ihr schneidet, die Videos normalisieren. Man darf natürlich auch nicht vergessen, hier diese deaktivierten Häkchen auch wieder zu aktivieren. Damit wir dann hier auch... Moment. Noch mal zurück. Dann muss es noch mal neu in den Cash laden. Damit wir auch hier die Einblendung haben. Dann hören wir uns das Resultat der Verstärkung an. Waldrauschen. Vogelgezwitscher. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt zu meiner ersten Folge dieses Tutorials im Umgang mit Shutcut. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gebt mir einen Daumen und abonniert mich. Gebt mir einen Daumen hoch. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Untertitelung des ZDF, 2020